Wir sind hier direkterweise reinstorziert und haben technische Schwierigkeiten. Kitami ist auf einem weiteren, fantastischen Abteuer im Weltall. Das wäre sie jedenfalls, würde sie ihr Schiff bewegen. Was es eben tut. Eine Fehlermeldung auf den Hauptkontrollschirm teilt ihr mit, dass der Treiber des Dino-Thermal-Programms an Bord aktualisiert werden muss. Versuchen zu aktualisieren? Es bleibt mir als anderes übrig, als das Ding jetzt zu aktualisieren. Warte mal. Warte mal. Ja, ich versuche hier gerade komisch zu sein. Um mich in eine Stimmungslage zu versetzen. Catch 22. Als Kitami auf den Aktualisierung-Button klickt, um den Treiber des Dino-Thermal-Programms zu aktualisieren, erscheint die hilfreiche Meldung, dass der Befehl nicht ausgeführt werden kann, da der Treiber des Dino-Thermal-Programms nicht aktualisiert wurde. Neustarten hilft immer. Neustarten hilft immer. Neustarten hilft immer. Neustarten hilft immer. Neustarten hilft generell. Hatte ich ja beim letzten Stream auch gehabt. Neustart. Ach ja, aus und wieder einschalten die bevorzugte technische Lösung fachkundiger Raketenwissenschaftler auf der ganzen Welt. Das Dino-Thermal-Programm rettet und eine neue Meldung erscheint. Das Dino-Thermal-Programm wurde nicht ordnungsgemäßig beendet. Das Dino-Thermal-Programm im abgesicherten Bonus startet. Yeah. Kann man ja mal machen. Wird das ja mal gemacht. Das ist eine tolle Sache. Und ich versuche hier mal noch witzig zu sein. Ich versuche hier noch witzig zu sein. Susu. Susu, was denn? Ne? Doof, wenn man Witze erzählt und keiner zuhört. Halt, was ist da für eine Meldung? Kitami aktiviert den abgesicherten Modus, woraufhin ihr die Dynationalkomponenten gleich um die Ohren fliegen. Das macht keinen sicheren Anschein. Aber die Fehlermeldung verschwindet. Und das ist das Wichtigste. Leider ist die Landung mit leichten Motorschaden und ohne Dynatomal-Programm schrecklich gefährlich. Mach mal eine einfache Handlandung, die kriegt er auch hin. Also wenn man die Orbit einfach schrebt, einfach mal ein bisschen in die Atmosphäre, versucht einen Arrow-Break hinzukriegen, kommt unter die Fallgeschwindigkeit und die Periapse senkt runter. Und, äh, naja, ihr wisst schon, was ich... Dann landet man. Am besten eine schöne Besserung mit Fallschirm. Passt schon. Da kommt sie zurück, wie junge Dame. Wo haben wir sie? Aha, da haben wir sie auch schon. Ja, so, du darfst gleich nochmal nach oben. Weltall erkundet. Was sagen denn überhaupt deine Skills? Was sagen deine Skills? Die sagen, wir haben bald neun. Neun! Das ist toll. Wir haben bald neun. Das ist super. Gut. Ich will mal gucken, ob die Witzeerzählerei jetzt mittlerweile irgendwie mir vielleicht auch mal die Möglichkeit gibt. Ein... Eine reich bevölkerte Toilette. Eine reich bevölkerte Toilette. Selbst im Weltraum fordert die Natur ihren Tribut. Oje. Kitabi dockt an einen Sternenrastplatz an. Im Inneren ist es ziemlich eklig. Und als Kitabi die Toilette näher unter die Lupe nimmt, entdeckt sie, dass sie von einer winzigen Alien-Zivilisation befohnt wird. Oje. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich muss gerade so mal an Männer in Black denken. An diesen Spind. Und wenn ich mir das vorstelle... Man setzt sich auf die Toilette. Was das Volk an so sagen hat. Ah, der Himmel verdunkelt sich. Der große Arsch ist am Himmel. Die Welt wird untergeben. Wir sind alle beschissen. Oje. So in der Art. So viel zum Thema Familie da. Den Quart. Oje. Das geht gar nicht. Jetzt auch mal. Ich falle ja gleich vom Ast. So. Also. Ich wollte hier eigentlich malen. So realistisch ist nach mir der abstrakte, präsentierte Popart-Gemäde. Äh. Nach Vorlage malen. Irgendwie kriege ich das hier mit diesen, mit diesen, äh, diesen Stimmungsdingens, Bummens, äh, nicht, äh, so wirklich hin. Äh. Das ist ein bisschen schade. Und er erzählt Witze und Witze. Er versucht komisch zu sein. Es ist bemitleidenswert. So wie sieht's denn hier aus? Ich bin sehr alt. Okay. Die Tami, die Quartal ist. Sag, wo ist es? Kommt so. Ich lese den Text nicht weiter. Ich muss erst mal kurz meine Gedanken sammeln. Als die Aliens Kitami über sich erblickt, werfen sie sich augenblicklich auf die Knie und beginnen zu singen. Offensichtlich glauben sie, sie wäre eine Art höheres Wesen, das gekommen sei, um sie zu regieren. Soll sie eine Weile bleiben oder sie auf den Weg machen. Äh. Wir spielen mal eine Runde Populus. Das ist so ein Spiel gewesen, da hatte man eine Gottheit gespielt. Das ist bestimmt unter euch Älteren auch durchaus bekannt. Die Jüngeren, äh, ja, äh, das ist so wie Sims 4, aber man ist halt ein Gott. Hey, komm mal her. Die Jüngeren durften noch Black & White kennen beziehungsweise die noch Jüngeren durften Black & White auch noch nicht mal kennen. Denn der Black & White Title 2, der ist ja auch schon eine Weile wieder. Ja, 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 ja. Die Zeit rennt, die Zeit rennt. Und man weiß nicht, äh, so genau, was Sache ist. Die Wahl. Die Aliens verteilen ein paar Kiesel und beginnen hoffnungsfroh etwas auf einen Erdhaufen aufzubauen. Kitami hat, äh, äh, Kitami fallen zwei Gottheit ein. Liebevoll und gütig oder bösartig und hartherz. Wir sind liebevoll. Bösartige Götter gibt's genug auf der Welt. Aber ich bin liebevoll. Also Kitami in dem Fall. Schauen wir mal, wie liebevoll. Ah. Wie sieht's bei mir aus? Aha. Wie sieht's dir aus? Hast du die Hurt mit gnadenlos zu? Keimun, dass es ihr schlecht geht. Wasserspende. Kitami sieht sich die Aliens genau an. Sie scheinen mehr Wasser zu wollen, um ihr Getreide zu bewässern. Liebevoll und gütig zu sein. Würde bedeuten, es ihnen, äh, zu geben, nicht wahr? Etwas Wasser verspritzen, Bewässerungssystem bauen. Also wenn ich sie jetzt einfach ein bisschen Wasser verspritzen, werden sie weggespült. Irgendwie im Arteinbewässerungssystem. Und? Dann haben wir ein bisschen was Nachhaltiges. Oh, 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 ja, no. Scheinst du gefallen, okay. Hochgefühl. Juhu. Infrastruktur der Zukunft. Warum? Die Aliens werden nie wieder um Wasser bitten. Kitami ist so großzügig. Die Aliens stimmen ein Lied zu ihrem Ehren an. Jetzt bitten sie um der Land für ihre Fedder und ihr Vieh. Zu Land führen? Selbst rausfinden lassen? Ja, wir können sie mal zum Land führen. Ein Land, das deinen Namen trägt, alle Zeiten übersteht. Dort wachsen die Kartoffeln. Kaka, Kaka, Kartoffeln. Kaka passt aber gut zu Kartoffeln, Eddy. Zu Toilette. Geul. Ja, egal. So entstehen Schlager. So innovativ sind dann die Textgeber. Land der Verheißung. Gelobt sei Kitami. Sie zieht einen Tisch in die Nähe der Toilette, damit die Aliens ihre Kolonie erweitern können. Jetzt haben die Aliens genug Land umzubauen und zu wachsen. Kitami verschwindet und bleibt in guter Erinnerung. Ja, so kann das gehen. Ist eine schöne Geschichte. Kann man direkterweise so nehmen. Gefällt mir. Das ist direkterweise sympathisch. Das ist sympathisch. So, was haben wir? Level 9. Der Raumfahrt-Technik-Fähigkeit erreicht. Sie kann jetzt einen automatischen Landekomputer an Raketen einbringen, um sie zu verbessern. Gut, Level 9. Das heißt, Level 10 haben wir bald in Sichtweite. Und wenn wir Level 10 haben, würde ich auch mal sagen, kümmern wir uns mal, ob wir dann das schwarze Loch doch noch erreichen können oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal kurz mal hier verbessern. Ja, es ist eigentlich komplett verbessert, die Rakete. So, dann machen wir nochmal Weltraum erkunden. Schauen wir mal, wie weit ist das eigentlich. So, Level 9. Ja, ist direkt am Anfang. 2% abgelassen. Ja, sie befindet sich jetzt langsam immer nur noch im Weltraum, statt irgendwie mal woanders. Gut, wie sieht es denn hier aus? Kann ich denn mittlerweile ein stimmungsvolles Bild machen? Landschaft, hervorragend. Imperiastisches. Landschaftsgemähtes. Es sieht irgendwie schlecht aus. Es sieht irgendwie schlecht aus. Abstraktes. Na, Vorlage. Äh, wir können ja mal gucken, ob das vielleicht zählt, weil, äh, wir machen mal kleine. Weil wir ja inspiriert sind. Vielleicht hilft das. Dann machen wir auch nochmal ein kleines. Hier machen wir hier nochmal ein surrealistisch. Kleines. Und dann machen wir das hier nochmal. Landschaftsgemähte. Halt! Das machen wir nicht. Das ist, äh, abstraktes, imperialistisches, klassisches, kleines. Okay, machen wir das mal. So, und dann machen wir hier das Mikro mal weg. Danke sehr. Und, äh, dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht, äh, mal was Schickes hinbekommen. Schmuggelei. Ein sogenanntes Schmuggelei ist ein Ei, das ein Kuckuck in ein anderes Nest legt, damit eine Henne, äh, sozusagen, das einfach mal ausbrühtet für das Kuckucksei. Also das sogenannte Schmuggelei. Kitami tankt gerade Raketenbrennstoff als ein außerirdisches Raumscholf an der Pumpe neben ihr hält. Kitami denkt sie zunächst nix dabei, bis sie sieht, wie ein Aeon Kisten auf ihr Schiff steht. Na nö, die Weltraumpolizei ist, äh, hinter mir her, ruft der Aeon. Versteck die Sachen für mich, ich werde dich belohnen. Ich will die Kisten aber nicht, äh, da ist doch bestimmt eine Raumkraut drin, äh, ja. Raumkraut, ja, so eine Geschichte aus, äh, dem X-Universum. War früher eine sehr tolle, äh, Weltraum-SIM-Action-Geschichte. Naja. Bis es jetzt mit X-Reburst in den Sand gesetzt hat. Ach, der ewige Schmerz, der hält ewig nach. Umstellt von der Weltraumpolizei. Kitami hustet immer noch von den Abgasen des Alien-Raumschiffes, als in der Nähe Sirenen ertönen. Die Weltraumpolizei umstellt ihr Schiff und will den Laderaum durchsuchen. Sie kann die Waren aushändigen und das Beste hoffen oder dem Alien und vielleicht auch sich selbst helfen, indem sie sich versteckt. Naja, wer weiß, ob die Weltraumpolizei der Story glaubt. Wir machen mal, äh, ja, ähm, ja, gute Frage. Wir sind ehrliche Bürger, so. Wir sind ehrliche Bürger. Wir übergeben mal die Waren. Gucken wir mal, was Sache ist. So, schau mal. So, hier kann ich das eigentlich mal ausblenden. Halt, warte mal, wie sieht's denn eigentlich, äh, bei ihr jetzt mit den Fähigkeiten aus? Wochen, Raumfahrt. Oh, es geht eigentlich recht flott, 19% schon. Die Wahrheit zahlt sich aus. Glücklicherweise kauft die Polizei Kitami ihre Geschichte ab. Die Polizei beschlagnahmt die Schmuggelware ohne weitere Fragen. Okay, Kitami erhält eine kleine Belohnung und seine persönliche Code-Nummer. Für den Fall, dass sie einmal Hilfe braucht. Okay. Gibt's eine Code-Nummer? Interessant, das. Gab 100 Simoyon gerade, irgendwie. Hm? Das nennt man kleine Belohnung. So, dann lassen wir's ja gleich nochmal machen. Wir lassen's ihr nochmal machen. Hobie Row und Go, Go, Go. So, während sie jetzt Go, Go, Go nach oben geht, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und, äh, shirio. Go, 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 go. Go, 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 go